Hinter dir, du bist gerade gegen mich gefahren. Ich bin gerade mal ausgestiegen, weil mein Ding hat... Oh Gott, guck mal, was da kommt. Hier kommen direkt zwei Sandys. Ich kann leider kein Panzer holen. Das wundert, das nervt mich. Nicht? Hm, kein Schweren auf jeden Fall nicht. Lightning ist denn nur. Nimm mal mein Doppelsandy. Okay. Aber da kommen zwei Havazer, ein Lightning und... Bist du gut mit der Boulder? Es geht. Also, relativ. Ja, wir können auch doppel Lightning nehmen, ist das egal. Ja, nehmen wir mal zwei Lightning. Alter, ich muss meine KD aufbessern. Das geht ja gar nicht heute, klar. 4,14 sagt nichts. Hm, 5,12. Ja, 4,14. Alter, sage, wir kriegen heute auf die Fresse ohne Ende. Scheiße, ganz einfach. Ja, aber egal. Das wird jetzt auch genommen. Beim Let's Play wird nicht gecuttet. Also, nur weil wir jetzt mal schlecht sind. Wart auf dich. Sieh mal halt mal einmal schlecht, ist doch egal. Wir haben letztes Mal den Arsch aufgerissen. Nee, das Gute ist, was ich mir halt auch immer gleich gekauft habe. Ich habe mir gleich diese Packs gekauft. Also, wenn du irgendwie, dass du die Sachen halt alle einfach bekommst. Zum Beispiel bei Harazer war halt das Combo halt drin. Juri und Helper hat einfach zusammen angekauft. Ah gut, ich sparste halt einiges an Geld. Ja. Aber ich weiß genau, wie bei Fieger. Ich bin ja nicht so, sollte er auch Geld zu spielen investieren. Kennst du meine Einstellung gesetzt? Aber da steht schon Sande im Haus. Und ja, mach mal einen Weg, ne? Ich muss sagen. Fahr mal nicht so weit zurück. Fahr mal nicht so weit vor. Ach so, da ist er ja schon. Ich glaube auch, irgendwo kam dann noch einer. Recht? Ich glaube, da war irgendeine Einheit, glaube ich. Also, eine schwere, direkt vor mir. Die habe ich zum Glück mit meiner Waffe, kann ich die gut wegmachen. Oh, Sande war kill. Fahr mal zurück, fahr mal zurück. Ja, ich gehe mich reparieren. Irgendwie fahre ich dumm den Berg hoch. War es saudumm. So, ich repariere mich mal geschwind. Na, jetzt war der Berg runter. Noch ein paar Zertifizierungspunkte. So, weiter geht's. Noch schnell mitgeholfen. Dankeschön. Oh, das kommt wieder in den Berg. Alter, die nächsten Punkte, 100 Zertpunkte nachher, gehen in den Lightning rein. Alter, Milch, ohne das Chassis. Da brauchst du ein bisschen mehr als 100. Ja, fürs erste Upgrade-Chassis. Geschwindigkeit brauchst du nur 100. Habe ich gerade gemacht. Fahr mal hinten runter, ja. Schau mal hinten lang, was ich hier finde. Ja, ich fahr mal innen rum. Ja, die bin sowieso in... Nein. Komm ich jetzt da echt nicht... Steckst du fest? Ich mag irgendwie sein, darum mehr. Da komme ich wenigstens über jede Kante. Nimm ich jetzt... Oh, es ist nur zwei Schuss gehabt. Oh, da steht noch ein Lightning. Den, wo man sich anders auffahren... Den, wo wir eben schon behakt haben. Noch ein paar? Ich glaube, es war er, aber da war niemand mehr drin. Aber da fahrt so, da fahrt noch Hawassa rum. Oh, hier steht noch ein Sandy. Irgendwo da drin. Müssen wir noch gucken, wo die... Leit... Ne... Liegt... Äh, Hawassa hier rum eiern. Und vor Infanterie natürlich aufpassen. Wegen C4. Päckchen. Also ich komme nicht um diese... Damit, Kurve, oder vorne kommt schon einer, ne? Ah, ist weg. Warst du vor? Äh, da. Warum komme ich nicht um diese dumme Kurve? Äh, da kann man sich nicht... Kommst du nicht durch? Dann müssen wir außen rum. Da komme ich glaube ich gar nicht mehr vor, wenn ich richtig sehen darf. Aber wie kommt der Sandy dann in den Turm rein? Der Sandy fährt hier einfach über die Kante. Scheiße. Alter, sehe ich... Eck überall an. Doch, da. Komm mal rum. Komm mal rum. Ja, jetzt brauche ich hier irgendwie so halb drin. Naja. Bam, bam, bam. Aber ich brauche mehr Schuss. Also... Wer hilft, der Dinger ist hart. Der hat Schild. Ach, nee. Aber das ist eine Infanteriewaffe. Infanteriewaffe. Also Schild ist down. Na, wer schießt. Bist du in der Nähe? Na, bist du direkt hinter mir. Da kommt er schon. Hab ihn. Banks. Das ist die einzig gute an der Rest sechs Schüssige. Du kannst gut Infanterie wegschnetzeln damit. Weil wenn... Warte vor. Wohin? Alter, weiß ich mir, haben jetzt schon ein Lightning und zwei Sandys weggemacht, wo da kamen. Von Sandys im Punkt. Äh, Sandys im Punkt. Sandys im Punkt? Oh Gott. Ja gut, die haben unsere... Der Dreck kenne ich auch. Das ist ewig einfach. Ne, die haben unsere... Die Hände, die Ding schon down. Die Generatoren. Ah, ne, doch, ne. Die fahren einfach mit, äh, mit dem Sandys mit zwölf Leuten rein. Fertig. Ja, dann gehen wir auch mal rein und sagen, hallo, Herr Kult, da kommen wir schon in unsere Infanterie-Freunde. Achtung, auf die Seite. Wo ist er? Na, Wasser ist weg. Der Besitzer ist auch da. Na, fass auf, wo du hinfährst, das sind ganz viele kleine Menschen. Ja, ich bleibe extra gerade schon stehen. Fahr wieder rückwärts raus. Ja, ich fahr vor. Gott, so sind wir ja schon... Haben wir ja schon gekleent. Waschen wir vor? Äh, holen wir das mal schnell Munition hinter uns. Ich hab 122 Schuss. Aufladen hilft immer. Ich glaub, das ist mein Maximum. Ah, ne, geht noch ein bisschen was. Oh, vier Schuss hab ich noch aufnehmen können. Ja, da hast du vorhin gerade schon drin gestanden. Also. Ja, komm, geh mal gleich vor. Die konnten eh nicht capturen, weil wir das andere einnehmen. Ich glaub, als die Lightning haben wir jetzt echt mehr, 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 mehr. Da sind sie. Da sind auch noch mehr. Oh, oh. Rechtsinfanterie. Jetzt müssen wir zurück. Also du bist schon weg. Ich bin noch ein Stück zurückgefahren. Ich sehe dich nicht mehr. Hinter dir, du bist gerade gegen mich gefahren. Ich bin da mal ausgestiegen, weil mein Ding hat gerade sich verab... Naja, gut, ich bin down. Da hat sich nämlich gerade verabschiedet. Ja, gut, aber... Lightning Kill verzeichnet, ist 4.000 Punkte gemacht mit dem Lightning. Der hat sich rendiert. Ja. Was ist? Richtig schön, Panzer mir hingelegt. Auch nochmal ein Case mitnehmen. Richtig. Also wenn du willst, kann ich mein Battle Sandy holen. Okay, mach mal. Ähm, ich komm, vorgelaufen. Springst du rüber, ich laufe, ich bin nicht schon zu weit. Ja. Ich warte am Eingang auf dich. Nämlich, da kommt schon wieder Infanterie angerannt. Wenn du willst, kann ich auch Flurie-Ding nehmen. Flurie Eraser. Wenn du einen ziehen kannst. Äh, ja, warte, ich muss hier mal ein bisschen... Mir ist egal. Sandy oder Flurie. Sandy haben wir halt noch nicht. Ja, komm, hol Sandy. Alter, wenn du wegfährst, heile ich dich nicht. Ganz einfach. Sind sowieso Leute, die sich nicht entscheiden können. Ja, nee, weiß, da kommt der zurückgefahren, brennt schon. Oder halt, raucht, bunn. Dann fahren wir wieder fort. Jetzt werde ich jemanden mitnehmen. Ja, kommt schon einer. Nein, du bist drüber gefahren. Hm, hab nicht erwischt, also... Bulldog, Doppel Bulldog. Hm. Mach langsam, ich bin Infanterie. Ja, lad mal schnell nach. Ja, lad ich. Was hast du da gefunden? Äh, ich übernehme den Fahrer, du schießt einfach ein letztes Mal. Ja, ich hab nachgeladen, aber da ist der Freund, wo der Rauch ist, ist einfach ein Rauch nach. So, einen haben wir. Ein Stück zurück wegen dem Explosionsschaden. Nein, das war zu weit, ein Stück vor. Ich wurde auch durch Cadence geschützt. Okay, hab gel. Noch ein Stück vor, noch ein Stück vor. Ja, ich hab ihn. Ja, das gibt's wie ein Punkt, äh. Ja, das gibt's wie ein Punkt, äh. Na, die hat jetzt ordentlich. Und noch ein Infanterie-Kill gemacht. Also, nochmal mein KD um eins aufgebessert. Mach, da reissen wir ja ein bisschen was hier, so. Oben steht ne Max drin. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020